Da war anscheinend länger ausgeschalten und da steht in einem sehr durchbesiedelten Gebiet zwischen Potsdam und Berlin und ist anscheinend auch nicht das sicherste. Ja, wenn dort ein kleiner Unfall passiert, würde die Radioaktivität 10% von dem, was in Fukushima rausgekommen ist, rauskommen. Ganz Berlin wäre verseucht. Wir könnten alle wegziehen, wenn wir nicht schon krank wären dabei. Das ist der einzige Reaktor, der so in einem Großstadtgebiet steht wie hier in Wannsee. Das gibt es sonst irgendwo auf der Welt. Noch dazu ist es kein regulärer Reaktor, der irgendwie so läuft, sondern ein Forschungsreaktor. Das heißt, da werden Versuche durchgeführt, die auch mal schief gehen können. Wer mehr dazu weiß, kann sich hier gerne noch melden. Wir finden das auf jeden Fall nicht gut und wollen dagegen auch demonstrieren. Ja, genau. Das sind jetzt immer Demos. Wann genau wissen wir noch nicht. Aber jetzt, wo ich hier die Weltzeitmusee, fällt mir noch ein, die Zeitumstellung. Die Zeitumstellung, die jetzt wieder stattgefunden hat um eine Stunde, die tut unseren Körpern total schlecht. Und wir machen immer noch mit bei dieser Zeitumstellung. Wir müssen uns wehren. Ich bin empört. Ich bin empört.